Ja, die sitzen, die stehen halt, ich sag mal, um 10 Uhr offen, also verbringen, oder die vollbringen nicht so viel, also stehen halt irgendwann um 10 Uhr offen, dann geht's halt irgendwie dann mal raus und dann, äh, aber ich meine, aber, also, ich finde das schon, jeder, dass wir, also, das täuscht, irgendwie in München zum Beispiel, oder in Regensburg, warte ich schon mal in Regensburg, das ist eine Stadt, da wird den ganzen Tag von früh bis spät Kaffee getrunken, alle Kaffees innen und außen, auch im Winter, auch im Winter voll.